herzlich willkommen zu what's up in 2023 ja also es ist heute der 31 12 2022 und ich habe mir gedacht genau heute nämlich dieses video auf präsentiere es euch ich habe hier sogar böller knallen schon als kulisse im hintergrund vielleicht wird das noch kurz manchmal und ich habe mir gedacht einfach noch mal gleich update zu geben was mit dem kanal ist wie es in 2023 weitergehen wird so ein bisschen revue passieren lassen so ein kleiner talk mit euch und mir fällt ein ich wollte euch meine schöne tasse hier mit themir dazu stellen das habe ich jetzt auch vergessen dazu da kann ich eigentlich nur sagen das greife ich hier vorbei ich habe auch mein saft hier also wenn ich auch nicht so viel hustet der halt zu trocken ist ja also wie gesagt bei einer gemütlichen kaffee tasse oder tee tasse wollte ich euch eigentlich ein bisschen durch da war schnacken aber das tut nicht zur sache wir reden jetzt einfach mal ein bisschen was was ab also was abgegangen ist was steht noch an der news an terminen videos und so weiter einfach die gedanken so ein bisschen revue passieren lassen also ich muss sagen ich bin ja schon seit zehn jahren hier auf die auf youtube habe aber eigentlich erst ich sag mal so fast seit kann man sagen anderthalb jahren anderthalb jahren vermehrt wirklich videos wieder gemacht und ich habe doch mal geguckt ich habe dieses jahr für eure für euch auch auf diesem kanal über 100 videos produziert ich weiß gar nicht ob schon alle veröffentlicht sind aber es sind weit über 90 von diesem jahr veröffentlicht worden also das hat mich selbst erstaunt als ich das dann überprüft habe dass ich das so viele videos hier eben halt wie gesagt hochgeladen habe die auch sehr vielseitig sind es kam auch einiges dazu weil ich mal gefragt wurde das kam lag an den pickups zum beispiel die pickup videos ergaben sich dann so hast du was neues in der sammlung und dann habe ich es einfach gezeigt so sind eben halt pickup videos entstanden und dann war ich auf flohmärkten habe ich wieder kommen zeige ich einfach was ich vom flohmarkt gemacht habe und ja dann kommt ein zum anderen dazu wenn man bedenkt dass ich ursprünglich eigentlich mehr hintergrund videos machen wollte zum transformers wo ich meine transformers sammlung zeigen wollte habe ich ja auch eine ganze menge videos damit habe ich angefangen und ich wollte dann von meiner battlebeast sammlung ein bisschen mehr zeigen und auch ein bisschen an die themen reingehen das will ich auch weiterhin noch dazu komme ich aber auch gleich also wie gesagt ich habe sehr vielseitig die sachen gemacht dann kam zwischendurch auch noch mal ein interview was ich gemacht habe oder so dazwischen podcast und all das was mir einen spaß gemacht hat weil darum geht es mir eigentlich diesen kanal möchte ich natürlich auch euch was bezeigen aber irgendwie geht es mir darum dass ich einfach irgendwo auch schluss daran habe einfach was zu zeigen oder was zu erzählen wie jetzt auch habe ich auch wieder eine ganze menge hier jetzt aus meinem arbeitszimmer dass die rückbahn mein pc steht hier vorne und ja also in dem sinne und ihr seht ihr auch einen teil meiner sammlung im hintergrund obwohl das ist ja so ein halbes unten ist ein halbes ruling und oben ist so ein bisschen präsentativ ein poster aus der kindheit ein paar actionfiguren aber so ein auszug aus dem ganzen ja auszug auf jeden fall in dem momentan noch habe ich keine 500 abos in diesem jahr erreicht leider ich hoffe dass es so eins das ist 2023 dann der fall sein wird das ist ein bisschen mein ziel ich hoffe dass ihr auch ein bisschen teilt und leicht denn wenn ich 500 abos erreicht habe möchte ich euch in eine indirekte room tour zeigen ich habe jetzt keine wirklichen sammlerräume ich habe ein paar vitrinen ich habe regale die entsprechend mit tollem stuff eben halt bestückt sind und das zeige ich euch einfach dann in diesem video ich habe schon ein bisschen was vorbereitet und sozusagen ein nerd video dann ein special das kommt wenn ich 500 abos beziehungsweise ich möchte ein bisschen über 500 abos denn meistens ist es so hat man einmal 500 abos erreicht macht das video kommen wieder drei vier weniger und dann ist unter dem ganzen das will ich natürlich nicht sein das heißt ich möchte mindestens fünf über sein ich sage ich mal ganz einfach 505 abos und dann kommt das special ja das ist so eine sache die ich mir für nächstes jahr vorgenommen habe videos werden auf jeden fall wieder kommen und ich bin auch dabei dass ich wirklich weiterhin euch zwei videos die woche präsentieren möchte das hat sich ja irgendwann dieses jahr gezeigt ich habe teilweise sogar drei schon die woche gehabt aber im endeffekt möchte ich zwei videos die woche bringen ich habe jetzt habe ich angefangen immer sonntags ist ein video ich versuche da meist mehr so ein pickup video oder was ich neu in der sammlung habe zu haben wenn sich es ergibt muss ja auch was wirklich haben zum zeigen und mittwochs will ich versuchen so ein interessantes video zu haben denn da wird dann zum beispiel ein let's view die let's views werden leider ein bisschen weniger geklickt gebe ich auch jetzt zu aber mir ist es auch relativ egal weil ich möchte spaß selbst dabei haben und ich habe so viele interessante sachen zu zeigen und die wenigen also momentan wenigen die sich das auch anschauen sind auch begeistert also gibt den sachen wirklich eine chance denn es sind von interessanten toy magazin über interessanten hintergrund büchern zu filmen ja ich habe kinoprospekte und so weiter also in dem sinne habe ich eine ganze menge zu zeigen immer und das macht auch spaß irgendwie diese let's views irgendwo ja eben halt mit euch zu betrachten also ich habe auch eine menge bücher und so weiter und oder art books die ich mit euch angucken kann die wirklich interessant sind ich habe auch noch einige in der pipeline die schon fertig sind und die dann auch bald kommen werden und überhaupt muss ich sagen ich habe noch ich könnte ich bräuchte in gar kein video mehr drehen ich könnte glaube ich bis mitte februar irgendwas schicken was ich schon fertig habe denn ich habe sehr viel mal produzieren können und ich habe natürlich immer die chance genutzt wenn ich drehe und das ist auch so was ich noch mal erwähnen möchte ich werde auch manchmal angesprochen weil ich habe zum beispiel noch einen wie transformers video versprochen zu den robot points das kommt noch das ist auch in arbeit komme ich leider nicht so schnell damit voran wie ich es gerne möchte da muss auch einiges abgedreht werden und es ist auch kein vergleich wenn man das schneidet umsetzt plant wie ein pickup video pickup video oder wie auch dieses video ich habe jetzt hier kaum notizen also es ist alles sehr frei geredet da habe ich mir eben halt gar nicht so diese gedanken gemacht eben halt dazu ich habe zwar kurze stichworte hier aber das war es auch bei dem ich bin ich wieder detaillierter ich versuche ja fakten und das ist ein bisschen anders und wenn ich jetzt überlege wie viel wie hat man zeit als ich das ist natürlich jetzt hier auch noch ein hobby sozusagen das drehen oder die videos machen ich mache auch wenn ich professionell beruflich auch mit videos zu tun habe heißt das natürlich nicht dass ich jetzt immer die zeit habe dann meistens habe ich einen tag die woche bisschen mehr zeit ein video zu machen das ist oftmals nur vormittags also jetzt speziell zu drehen schneiden kann ich auch abends oder nachts mache ich auch nachts noch mal eine tonaufnahme da habe ich mikrofone für das ist nicht das problem aber reines drehen geht mache ich oftmals nur am vormittags und das habe ich nicht immer entweder habe ich sind die wochenenden da habe ich dann bin ich die flohmarkt pickups gezeigt habe die sind wirklich live aufgenommen bevor man auf dem flohmarkt gewesen dann 14 uhr meistens so zwischen 13 14 bis 15 uhr gedreht und dann geschnitten abends veröffentlicht das sind super schnelle videos gewesen und ja da bin ich auch natürlich ganz glücklich dass ich das überhaupt so schnell mache weil ich fand das immer recht interessant und man hat ja die gedanken manchmal noch ein bisschen ja man hat sie ja irgendwo noch im kopf was dann war wie gesagt manche videos brauchen ein bisschen länger so ein letztes video braucht natürlich auch nicht super lange ich weiß was ich da habe obwohl ich habe da jetzt gerade noch gearbeitet dass ich eine bessere beleuchtung kriege ein bisschen schwierig war es die beleuchtung von oben zu machen ohne dass man den richtigen schatten sieht ich habe jetzt ein ringlicht was ich so ein bisschen nach oben legen kann aber es spiegelt natürlich bei hochglanz magazinen und ich arbeite noch daran die entsprechende helligkeit zu haben weil ich habe zwar auch der professionelle flow und die recht groß ist die könnte ich nicht aufstellen hier steht jetzt zum beispiel nur ein ringlicht was momentan jetzt nach gutem bild aussieht das ist so ein bisschen beleuchtet aber eben halt die flow das funktioniert nicht unbedingt von oben das ist der raum ich nehme in meiner küche das auf noch nicht ganz so ich verbessere mich immer mit den ganzen sachen auch mit mikrofonen und so weiter oder kamera equipment benutzt das was man an dem moment natürlich hat so in der vergangenheit ist auch meine eine zweite kamera kaputt gegangen ist mir runtergefallen konnte ich natürlich nicht mehr verwenden so kommt immer eins zum anderen aber wie gesagt ich gebe immer mühe ich versuche noch mal ein bisschen auch mich zu verbessern ich versuche daran zu arbeiten gewisse sachen zu machen aber ich will auch ein schnitt schnickschnack machen also ich könnte jetzt hier tausend special effects einblenden und sonst was und ich finde das verwässert das dann ein bisschen wichtig ist dass man vielleicht deutlich das zeigt und dafür seid auch ihr bitte mitverantwortlich dass sie mir auch sagt wenn irgendetwas nicht so gefällt und nicht nur darum runter und dann weiß ich nicht damit zu arbeiten das ist gut wenn einer sagt so mensch das und das zeigt das noch mal genauer oder hier das licht ja es liegt bei den let's views ist noch nicht perfekt dadurch ist es auch manchmal ein scharf und meine hd kamera ich habe eine panasonic kamera und die ist sehr gut aber inzwischen die ist auch schon drei jahre alt oder vier jahre vielleicht sogar schon fünf auf jeden fall vier jahre und in der zeit wird schnell jedes handy wird besser mein tablet macht ein ganz gutes bild aber auch nicht so ein perfektes bild wie gesagt man arbeitet dran man wird wird besser ansonsten videos kommen noch eine ganze menge ich habe allein dieses jahr noch vier videos oder fünf videos die ich noch vorbereitet habe die ich wahrscheinlich aber erst im nächsten jahr schneidet deswegen werden die noch das sagen das kleine datum am ende von 22 betragen erst alles was ich neu drehe 23 wird kommen was ich zum beispiel nicht geschafft habe bei ihm hat das robot videos komplett fertig robot points video oder auch mein battlebeast arena 2 ich habe jetzt hier einiges für nur meine battlebeast sammlung liegen und ich bin noch nicht weiter zu gekommen die aufnahmen zu machen weil da noch ein paar direktere aufnahmen der muckstücke die man für die sammlung hat fehlen nur das einfache runter reden ist es ja nicht immer bei manchen videos ja ansonsten experimentiere ich ja viel manche ideen kommen spontan so kam jetzt auch spontan die idee im halt es gibt es ja nur ein video dazu collectors treasure oder collection treasures eine reihe zu machen wo ich einfach mal ein objekt hervorhebe was ich gerade in der sammlung habe was ein wirklicher schatz in der sammlung ist das hatten wir jetzt meine kleine captain future spielzeug oder meine figurentrio von 1980 war das allererste video wo ich auch dann direkt die aufnahmen gemacht habe dazu geredet habe und ihr seht auch nur dieses schmuckstück da will ich auch noch weitere machen ich habe auch noch ein paar games die ich euch zeige so ein paar richtige klassische highlights die auch ihr werdet es sehen auf jeden fall habe ich dafür vor eben halt das wird noch 2023 einige videos von kommen dann habe ich ein neues format das wollte ich eigentlich dies jahr zum weihnachten noch raus bringen aber es hat nicht alles so geklappt wie ich wollte vor allen dingen auch krankheitsbedingt ich habe keine stimme gehabt und ich war erkältet aber nicht so schlimm aber es hat sich alles auf meine stimme ausgewirkt ein bisschen seht ihr das sogar noch in ein zwei der videos ich so gemacht habe aber ich hatte teilweise gar keine stimme und das natürlich ätzend wie soll man ein video machen wo man redet keine stimme da ist ja dann im letzten vierteljahr hatte ich hier im hause eine baustelle also ich habe ja auch eine ganz normale wohnung in einem kleinen häuser block und ja eine ganze wohnung da ist jemand ausgezogen und die wurde zwangssaniert und das dauerte länger als geplant weil sie die ganze elektrik alles neu gemacht haben und das war sehr sehr ätzend weil dauernd mit der bohrmaschine rumgerattert wurde und ob nun vormittags nachmittags konnte nichts aufnehmen konnte keinen ton machen nichts ein bisschen hört ihr das in meinen captain future videos wo ich gerade meine pickups zeige da habe ich echt gedacht jetzt ist ruhe da kam was rein mein captain future pickup video und auch wie ich meine bilder einkleber gerade meine sticker sammlung einklebe da hört ihr das mehrfach und das war echt ätzend und da konnte ich natürlich nichts machen also die weitere große neue sendung sozusagen oder format was ich mir ausgedacht habe nennt sich fives wo ich euch fünf sachen vorstelle der anfang macht auch oder die ersten beiden videos werden sich um die besten pickup von 2022 handeln und die besten flohmark mit namen 2022 und wo ich auch dass ich sehr wichtig finde für mich auch begeistert ist geht es um die fünf besten videos von meinem kanal lasst euch mal gespannt sein welche fünf videos ich euch als absoluten tipp auf mal von meinem kanal euch empfehle ja also das ist so dass was eben halt an ideen kommt und es wird noch viel mehr sein also irgendwas fällt mir immer wieder ein wie gesagt flohmarkt pickups werden kommen wenn flohmärkte da sind es wird sicherlich auch noch kleinanzeigen pickups geben wenn ich wieder was kaufe momentan habe ich ja fast alles auf jetzt gezeigt beziehungsweise habe die videos gemacht alles ist noch nicht veröffentlicht an dem heutigen tag wo ich das video jetzt dieses video ich präsentiere ja und was soll ich dazu sagen es kommt noch eine menge also im fluhmarkt videos wieder kommen aber wie gesagt ende märz anfang april gibt es erst fluhmärkte erst hier bei mir in der gegend also vorher wird in der richtung nichts kommen ja was steht noch an ich werde sicherlich auch wieder auf börsen sein also die cmc in diesem jahr oder im jahr 2023 werde ich definitiv besuchen werde ich euch wieder ein paar filmaufnahmen zeigen aber ich weiß noch nicht wie viel das ergibt sich auch immer mit dem ganzen weil ich selbst verkaufe und ja auch wenn ich den stand habe weiß man auch nicht immer wie weit kommt man weg und filmaufnahmen zu machen manchmal steht man dahinter und ständig irgendwas los ist beim stand man nicht auf jeden fall habe ich da noch keinen termin aber ich glaube im märz april zwischen märz und mai wird auf jeden fall eine cmc sein da gibt es die neue system hat das noch nicht angegeben dann überlege ich mein bruder zusammen auf einer berliner börse mal was verkaufen einfach mal andere luft zu schnuppern spontan da wird glaube ich wenn ich es richtig in dem mai was sein oder so mal sehen ich lasse mich überraschen noch haben wir nichts gebucht wir schauen mal einfach und dann werde ich euch auch rechtzeitig noch mal mitteilen denn diese whatsapp videos ich wollte sie eigentlich einmal im monat machen aber ich hatte die letzten mal kaum was zu erzählen also was soll ich dann ein whatsapp video machen dieses ist ja ja mehr so ein talk zum ende des jahres 2022 war und die zukunft da kann man ein bisschen mehr labern und wo ich aber auch sein werde das ist gebucht das ist das organisiert bereits ist am 26 8 2023 im august die toyplosion diese mega toy börse die der liebe petendo mit seinen freunden von dem motor bros facebook gruppe organisiert hat da werde ich auch sein ich habe zwei tische ich werde verkaufen ich werde ich habe so viel stuff den ich mitnehmen werde von retro toys von transformers auf jeden fall noch habe ich welche zu einem möglichen kram also ihr seid gespannt was ich da mitbringe ich habe auch ein kleines buddhi da geplant dass ich dann euch sozusagen nur auf dieser börse mitgeben werde wenn ihr bei mir kauft also ich freue mich dann auch darauf ja und das quatschen kennenlernen und was nicht alles also ich freue mich wahnsinnig auch auf meine anderen kollegen die ich aus nur bisher über foren kenne weil sie so weit weg wohnen freue ich mich auch natürlich aber auch leute zu treffen wie den bürgermeister den ich auch dieses jahr schon besucht habe einfach um einfach die coolen freundschaften die sich ergeben haben ja zu vertiefen also freue mich auf das auf deswegen besonders und die findet in castro brauxel statt das ist bei bei dortmund genau dort man ich muss überlegen ich bin das bin aus hamburg ich fahre nach castro brauxel da muss ich gucken überlegen ich bin der hoffen dortmund war in der nähe ich war da dieses jahr einmal ganz kurz in der nähe hatte da beruflich zu tun und muss sagen das ist eine schöne gegend ich freue mich auch drauf wie gesagt freunde von mir sind da sind lieber floh ich freue mich dass ich dich dann da nochmal treffe ja genau das ist auf jeden fall etwas was ein termin ansteht die geplant sind ansonsten weiß ich nicht genau was noch sein wird ich habe jetzt nicht wirklich irgendwelche sammelziele meinen großen ziele also ich freue mich überraschung denn wenn man denkt was ich so in meiner sammlung neu habe wie jetzt von captain future und einige computerspiele die ich ja meine aus meiner kindheit kannte und ich immer haben wollte und sich durch zufälle durch echt super gelegenheiten ergeben haben dass ich sagen muss ja das kann man einfach also ich hätte damit nicht gerechnet ansonsten wird sicherlich eine menge noch kommen das seid gespannt ja das wird auf jeden fall sehr sehr viel spaß werden denke ich wie gesagt ich habe eine ganze menge ideen ach so ein neues format was ich auch noch habe ein let's talk also nicht nur let's view sondern let's talk wo ich bis vor der kamera auch dann versuche dann mal über ein thema zu sprechen beziehungsweise ich zeige jetzt habe jetzt ein manga das ich präsentiere so ein bisschen und einfach mal alle gedanken dazu äußere weiter werde ich auch weiter schon einige podcast machen das habe ich auch einige noch in vorbereitung eigentlich muss ich nur einsprechen ich habe da notizen liegen die ja ich ja dann noch runter reden naja kann man natürlich sagen aber podcast ich mal dann habe ich auch noch geplant also dass ich einige podcast sagen auch mache aber talks eben halt mit freunden mit dem bürgermeister habe ich einen talk geplant ist eigentlich schon seit einem halben jahr und auch mit dem manuel von sonderschutzhöhlen wo über gewisse themen einfach mal quatschen wollen das wird aber auch so und so hoffe dass es klappt dann so ein video talk sein dass man uns beide sieht und wir quatschen und ich werde das sicherlich auch noch weitere freunde dann da einladen mit mir über gewisse themen zu quatschen oder irgendwie ja also seid gespannt das gibt wer viel was da neues kommen wird ja was habe ich noch so vor ich habe hörspiele gemacht wenn ihr meinen kanal genau guckt ist noch einige hörspiele da ich hatte den vergangenen jahren auch noch mal zwei in arbeit die sehr weit waren und dann hat ein festplatten crash wirklich alles zerstört ich bin bei den hörspielen muss ich auch zugeben sehr sehr langsam vorangekommen auch beruflich weil es kostet auch sehr viel zeit und sehr viel ruhe sich damit zu beschäftigen leider ist es dann so gewesen dass der festplatten crash mir zum druck nicht die audiodaten zerstört hat aber die vorschnitte die ganzen archive meiner sound effekt musik und was nicht alles also auch die ganzen vorarbeiten die ich hatte und auch sehr viel wichtiger beruflicher kram ist leider verloren gegangen das musste ich natürlich auch wiederholen das hat mich ein halbes jahr gekostet auch viele sachen wieder zu bekommen und ich musste auch bei den videos die ich jetzt hier habe sind einige videos da hatte ich immer hatte ich schon viel vorbereitet und so weiter was ich leider dann ja nicht mehr auf diesem aufbauen konnte also deswegen die mini battle beast videos sind dadurch nur ausgesetzt eigentlich dass ich die wieder neu anfangen muss ich hatte eine art vorlage und ich habe einiges noch vorbereitet gab das war alles weg so da muss mich auch noch mal wieder kümmern denn die werden auch noch mal wieder kommen ich habe so viele ideen und so viel was ich machen kann und teilweise wegen beruf auch so wenig zeit da ich manchmal habe ich glück dass ich einen tag die woche wirklich frei habe oder in der woche frei habe wo ich mich an diesen sachen beschäftigen kann aber ich habe auch nicht immer zeit die videos zu machen weil was hat auch andere sachen oder ja es gibt tausend dinge die dann eben halt kommen auf jeden fall möchte ich diese beiden hörspielprojekte war noch mal weiter starten ich habe dabei schon die vorbereitung ich habe schon musiken wieder rausgesucht ich muss noch songs weiter aussuchen und ich muss natürlich einen gewissen schnitt wieder machen ich habe inzwischen neuesten programm für audio wo ich mit arbeiten möchte oder das ganze hirspiel schneiden möchte da muss ich mir auch noch mal weiter rein fuchsen und das auf jeden fall kommen dann werde ich weiterhin auch habe ich noch zwei hörspiel skripte in arbeit also ich schreibe da auch noch ein bisschen ich schreibe ja auch gerne meine geschichten ich habe ja auch in der vergangenheit kurzgeschichten geschrieben und auch fern kurzgeschichten die ihr ja auch vielleicht ja zum beispiel in form von meinem hörspiel jetzt gehört habe ich habe von resident evil eine kurzgeschichte geschrieben eine eigene geschichte die ist das hörspiel auch umgesetzt worden wie zum beispiel das hörspiel tenebrae das ist eine kurzgeschichte gewesen die ich dann eben halt als hörspiel umgesetzt habe oder überhaupt eine geschichte die ich auch sehr stolz bin die ich aber als hörspiel nur skript geschrieben habe ist das hörspiel randnotiz auch ein sehr schönes hörspiel im drama die direkte fortsetzung meines kurzfilms damit zu leben und ich kann es euch ans herz legen das hat der liebe günther geschnitten und gearbeitet und die liebe kerstin hat mit gesprochen also die haben das exzellent umgesetzt ich hatte gänsehaut wie sie das gemacht haben wahnsinn das ist das ist sehr sehr dramatisch und sehr interessantes thema und die haben meine kurzgeschichte wunderbar umgesetzt naja und wie gesagt ich schreibe gerne geschichten und da bin ich auch dabei die weiterhin zu schreiben und ich bin jetzt wenn es euch interessiert halte ich euch auch auf dem laufenden und das werde ich euch das auch weiterhin mitteilen ja das ist auf jeden fall all das was passieren wird es wird sehr viel sein also im jahre 2023 ich habe ja vorgenommen und verweist was noch alles passiert vielleicht werde ich ja doch noch den bund der ehe eingehen dass keine ahnung fast nicht alles passiert 2023 noch ist es nicht geschrieben dass ja aber es passiert sehr viel und deswegen denke ich habe ich auch heute jetzt oder jetzt in dem moment genug gelabert im jahre 2022 wird zeit dass ich dieses jahr abschließt also wünsche ich euch alles gute ich freue mich dass ihr alle dabei gewesen seid all meine videos geschaut habt kommentiert habt geliked habt ich danke euch dafür ganz herzlich auch das feedback wie gesagt was ich bisher erhalten habe war sehr schön und ich habe auch viele nette leute eben halt in als zuschauer mit denen ich mich gerne austausche und ja danke noch mal alle auch an die freunde aus den ganzen foren und facebook gruppen ja das soll es dann wirklich für 2023 2022 gewesen sein ich wünsche euch guten rutsch nehmt euch auch was vor und ja 2023 wird es weitere videos geben und ich hoffe ihr seid dann auch auf meinem kanal martin carter productions dabei beziehungsweise short review wird auch weiterhin die online magazin bestückt werden also wenn ihr mich verfolgt sei es nur mein facebook account oder instagram oder die meint hier auf dem kanal es wird noch eine menge kommen es wird eine menge dabei sein ich habe von pickups und unboxings ach ja ich fange schon an das ende zu machen es gibt ja doch noch zwei drei news die mir jetzt kann spontan einfallen ich habe twitch kanal short review da könnt ihr gerne auch mal irgendwann gucken noch gibt es da nichts aber das werde ich rechtzeitig ankündigen falls ich da mal wie ein game streamer und auch ich möchte auch ein bisschen mehr dann auch zu gaming machen ich habe einige wirkliche klassiker als games und die will ich auch noch mal games games gameplay sozusagen auseinander nehmen und ich möchte euch auch meine barfumis fluchssammlung mal zeigen und da werde ich auch noch ein bisschen mehr auf video footage in diese richtung gehen so das soll es jetzt aber gewesen sein ich wünsche euch einen guten rutsch und bis zum nächsten jahr bis zum jahre 2023 was in wenigen stunden sein wird also macht es gut bis zum jahre ist